Wo bist du? Oh mein Gott! Bruder. Du siehst 1 zu 1 aus mit dieser Ramazan, dieser Auf-Flyer, Bruder. Bruder, einfach Duisburg, Bruder. Einfach Vulkanstraße, Bruder. Guck mal, guck mal, ich kenne das doch, Bruder. Kurt Mas. Ah, boah, das ist dieser... Das ist dieser Kiosk da. Ja, jetzt hör mal zu, du kleine Pisser da hinten. Ey, ey, komm mal her, komm mal her. Boah, da macht der Masker. Hast letztens nicht gezahlt, hast letztens nicht gezahlt. Na komm mal, bleib mal stehen, bleib stehen. Emle, Emle. Ey. Nächstes Mal zahlst du, nächste Mal zahlst du. Boah, was macht Tüüüüüssch, Bruder. Der holt auf jeden Fall Geld ab, Bruder, ja. Ey, guck mal, was runtert Bref. Boah, Junge. Bruder, diese Motorrad Lacper steh ... Anik, du weißt, von wem der ist. Er ist einer von den Roten, Bruder. Oh mein Gott! Wer soll diesen toten Laden hier aufmachen? Ey, Bruder, ja. Oh mein Gott, Bruder. Ey, Bruder. Diesen toten Laden, Bruder. Wer soll den aufmachen, Bruder? Bruder, der da vorne ist aus wie Paki. Der da vorne ist aus wie Vaperno. Wir haben einen Paki bekommen, Bruder. Bruder, das sieht aus wie Abfalleimer, Bruder. Sogar Planktonsladen läuft besser, besser. Ey, Kopi hat schon, ich bin eingebrochen. Der Laden ist sogar schon offen, Bruder. Der ist schon wie gerufen, Bruder. Der team wird umsonst. Okay, ich hab's gemacht. Ey, Bruder! Wie, 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 wie? Geld dafür ausgegeben, ja. Das ist doch geil, Bruder. Ja, bitte. Ey, guck mal, einfach mal Nullsen. Drei Backpfeifen. Patsch, patsch, patsch. Oha, Vulkan-Baba? Vulkan-Baba, ja, geil, ja. Einmal Vulkan, immer Vulkan, ja. Okay, das hat Stil, Bruder, aber das ist gewaltig lang. Ey, Bruder, wir müssen einkaufen. Komm, wir gehen rüber. Zum Marke. Oh, der Laden, Bruder, wollen wir zu gehen? Du bleibst erst mal hier. Erstmal, du gehst hier nicht raus. Wir brauchen noch Fleisch, Bruder. Wir haben nicht mal Besteck. Wir haben nichts. Ey, Kortmans, bitte bescheidern, ey, Allah. Was macht ein Ananas hier? Ederin, Wallah. Mach mal hier ein paar Dinger. Wo ist ein Fleisch? Salam alaikum alaikum salam. Ey, das ist doch der. Ey, seine Frau ist doch vorhin ausgespannt. Das ist doch der. Sucht deine Frau Arbeit? Nein, nicht für den Laden. Privat. Sekretärin. Arbeitet ihr? Was zahlst du ihr? Na, zahlt doch gar nichts. Okay, dann. Gib mir Bescheid. Die hat meine Nummer. Ist doch egal, woher sie die hat. Egal, scheiß drauf. Mensch, später. Aber Korkmaß. Korkma, Korkmaß. Rippeier Slice, Bruder. Was ist das? Ey. Rippei, Junge. Er sagt Rippeier Slice, Bruder. Ich habe einfach... Oh, Junge. Komm, jetzt sei einfach mit. Guck mal, siehst du mein Paket? Ja, ja, siehst du mein Paket. Oh, wer bist du denn, Mann? Kennst du Emre schon? Oh, Bruder. Kennst du Emre? Ey, der ist Dings. Der hat Dings. Erste Arbeitstag. Hilft dir mal mit der Stadt. Melde später dran, Madde. Ich kenn die von früher noch, Bruder. Komm, jetzt ist das Fleisch. Ich habe mich nicht mehr mit der Stadt. Ich habe mich nicht mehr mit der Stadt. Baša oğlu. Nee, Bašoğlu. Oh, nee. Efa Market. Aa, Bašoğlu Market. Moro. Ben bunu küçük gündem tanıyorum. Burak, Mikro sebez dabei. Gel, wir gehen Bašoğlu. Kemal abi, nasılsın? İyi misin? Oh. Ölçükler ne yapıyor? Bak, Emre'den geldin. Emre de burada. Biraz siyahlandı ama. Alo, halo. Amca. Bu şeyden geliyor. Bu bizim gurbetçi. Der kommt aus Dings. Der kommt aus Duisburg. Ach, wir sind in Duisburg. Egal, scheiß drauf, Moro. Du weißt doch, ich komme manchmal auf Kokascheiben. Abi, wo Salz. Du hast für 300 Salzgut, Moro. Das kostet 10. Du hast 6x Pfeffergut, Moro. Oh, Mann. Scheiße. Das, oh. Wie oft? Bruder, hast du Kars schon gekauft? Nee, du hast nicht gekauft. Bruder, stell dir mal vor, 30 Minuten Cardioeinheit und dann hier essen. Boah, ja, Bruder. So sitzen die einfach. Guck mal, wie ich sitze. Guck mal, legst die Chaya. Guck mal, legst die Chaya. Boah, die hat Mittagsschicht, Bruder. Die geht gerade arbeiten. Die kommt später. Ach, kennst du die? Ja, ich kenne die, Bruder. Ah, okay. Muss ich mal noch kennen. Ja, ich kann sie dir gerne vorstellen. Ich habe Flammen mit dir auf Snap. Wie viele? 420, Bruder. Schwein war im Krankenhaus. Jemand anderes hat übernommen. Oh, lecker Schwein. Oh, scheiße. Oh, Schweinennackenskirch. Oh, ein Schweineöl. Oh, ja. Lass einfach Hell-Eight-Zertifikat dran machen, damit mehr Moslebs kommen. Aber wir tun Schweinefleischrennen nicht. Ich bin so ein Wichser. Bruder, das Marketing. Das Marketing, Bruder. Ah, wir müssen noch Salen zu Pfiffer drauf, du morgens. Oh, feisch. Ach so. Das machst du gut, ja? Emre, schlampe Tabakete, morgens. Bring mal so einen Teller. Hier, 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 hier. Oh, geil, Bruder. Warte mal, warte mal. Jetzt müssen wir noch irgendwas machen. Grill und so. Bruder, grillst du die? Bruder, du musst die Tomate erst schneiden. Nein, da steht erst grillen, dann schneiden. Emre, wenn wir die jetzt schneiden und dann grillen, geht ganzes Wasser doch weg, Bruder. Wie Tomate kochen? Wie sollen wir die kochen? Wir haben doch kein Herd. Ey, ich habe eine Frage noch. Für wen machen wir eigentlich dieses Essen gerade? Oh, eine gute Frage. Er hieß nicht nur Kunde, ja. Einfach, wir sind unsere eigenen Kunden. Jetzt Marag, zack. Und jetzt zwei Petersilien. Tschüss. Oh, Bruder. War das so viel? Emre, Bruder, ich habe eine Frage. Siehst du diese Petersilie genauso wie ich gerade? Ja. Dieser Riesenbaum einfach. Tschüss. Wie sieht das denn so aus? Einfach dschungeln, Bruder. Oha, Bruder. Emre, das ist übertrieben groß bei mir. Wo bist du? Ich belebe die hier. Ist das bei dir auch so groß? Nein, bei mir ist das voll mini. Hallo, kommst du heute hier? Kommst du morgen bezahlen? Aha, die kommt. Kommst du jetzt und zahlen morgen? Na, wer? Oh, hübscher Lady, eh? Hallo. Ey, du kleine Schla... Distanzierung. Was schmeißt du deinen Müll auf den Boden? Was schmeißt du deinen Müll hier hin? Ey, die geht wieder, ja. Oh, unsere erste Kunde, die geht. Ey, das schmeißt... Nein. Warte, die andere darf nicht gehen. Nein, geh nicht. Walla, nimm doch wenigstens euren Müll mit, ja. Walla, billa, ja. Walla, ich habe wirklich, ich will so mal neu, Bruder. Das war bei mir einfach ein Baum. Emre, hast du bei Kolbmas nicht bezahlt? Oh, ich habe... Walla, ich habe einfach Schulden offen. Ey, Bruder, mach die Kombi zu. Oh, mein Gott. Ich habe einfach Schulden in dem Spiel, Bruder. 800, was hast du holt? Äh, alles. Alles. Warum kann ich nicht noch mehr Sachen aus der Box holen? Ich muss nicht mal jede einzelne Tomate platzieren, ja? Ganze Karton einfach reintun. Oh, mein Gott. Ey, wie geil. Ey, okay, erst Versuch. Emre, warum sind hier 10 Salz und 10 Pfeffer? Äh, vielleicht brauchen wir die. Oh, wie verkaufen wir Salz? Haben wir einen Salzladen drauf gemacht? Warte mal kurz, Bruder, du hast für 100.000 Euro Salz und Pfeffer geholt. Warte mal kurz, ey. Nein, das stimmt. Der Walla, Bruder, der ist teurer geworden, Bruder. Ey, das kostet Geld. Die ist todhässlich, die... Obwohl, nein, das sieht geil aus. Wie lange sieht die Knie aus? Aber warte, mach das doch nicht. Ist doch scheißegal, ja, du hast... Ach so, einer holt für 800 Euro Salz und Pfeffer, aber wenn ich... Warte, aber dann mach wenigstens so die Hälfte, Bruder. Weißt du, warum? Weil wenn der Laden billig aussieht, vielleicht denken die sich, oh, arme Mann, komm, wir essen noch mehr, weißt du? Bruder, der einzige Laden, wo das irgendwas gebracht hat, war damals Paki. Ja. Aber alle anderen sind pleite gegangen. Paki hatte gutes Essen. Wir haben nicht mal gutes Essen. Wir haben gar kein Essen. Bruder, du hast einen Jackenständer gekauft. Guck mal bitte nach draußen, es ist Hochsommer. Du läufst in einer Hotpants rum, Bruder. Draußen laufen Leute nur mit T-Shirt rum, Bruder. Du holst einen Jackenständer. Guck mal jetzt nach rechts. Guck dir diesen. Guck nur nach rechts jetzt. Imre, ich wollte dich nur mal daran erinnern, dass du mehr Geld für Salz ausgegeben hast, als für den ganzen Laden. Aber wir brauchen das für die Küche und keine Jacke. Oh, Imre, du hast zwei... Oh, Bruder. Das ist stark, ne? Voller stark. Ey, warum hast du deine Tomate weggenommen? Mach den Laden auf, let's go. Sind wir bereit? Wir sind bereit, wir verdienen Geld heute, let's go. Setz dich mal hin jetzt. Voila. Setz dich doch hin. Voila, soll ich doch für dich vorkauen oder was? Guck mal, du bist der Beste. Yahoo. Oh mein Gott, die nehmen alle. Warum stört die jetzt so beim Essen? Imre, hier brennt eine Tomate. Oh mein Gott, warte. Ey, wir verdienen Geld. Die sind zufrieden. Schmeckt? Ey, die meldet sich einfach. Einfach Schule. Ja. War gut. Warte, wie viel Geld haben wir verdient? 100 Euro. Oh, wie wurdest du gescammt? Junge. Oh, guck mal auf dich. Imre, siehst du auf dich? Oh mein Gott, warte mal. 200 Euro. Tschüss, Marag. Oh, Bruder. Imre, Imre, sofort nächstes Teller. Imre, sofort nächstes Teller hatte. Ich gehe erst mal einkaufen. Ey, Bruder, dieses, wie die essen und so, diese Stöhne, ist bisschen komisch, aber. Ich habe eingekauft. Hier liegt 10 Mal Salz und 10 Mal Pfeffer immer noch, ja. Ich habe immer noch, ich habe noch mehr Salz und Pfeffer gekauft. Für 400 Euro. Also das, was wir verdient haben, habe ich wieder direkt ausgegeben. Ey, das ist doch Dingslan von anderer Seite. Wolla, geh, verschwinde. Geh dein, äh, dein Ding jetzt verkaufen da. Geh dich mal um deine Frau kümmern, Mann. Der ist ja gar mit seiner Frau, Bruder. Lass mal nur seiner Frau geben. Lass den mal ablaufen, dass er sauer wird. Und dann gehen wir nur seiner Frau. Der geht jetzt, der geht jetzt. Ich röpfe den ab. Ey, die Frau läuft ab, die Frau läuft ab. Nein. Warte, warte, bisschen Zappen noch. Ey, wofür war das Fleisch? Ey, hupsch doch, chill, chill, chill. Warte, oh, nein. Den gehen, war das Feierabend. Komm mal vorbei, FIFA-Zocker. Ey, Osi, komm mal mit, wir spielen was anderes. Komm mal mit mir. Komm, wir machen uns einen schönen Abend. Erster Tag war anstrengend, Bruder. Oh, Bruder. Hey, solche, heute alles auf mich, mein Bruder. Komm rein, komm rein. Wir haben aber das selbe Konto. Komm rein, komm rein. Alles gut. Ey, man, weißt du, wie geil. Boah, soll man zocken? Bruder, wir haben am ersten Tag, wir haben gute Dings gemacht. You lose? Emre, was hast du gemacht? Äh, nichts, Bruder. Emre hat das Schiet, you lose, Bruder. Was hast du vergessen? Emre, wallah, ey, Emre, ich kacke auf deinen Kopf. Emre. Oh, ey, ey. Ist das dein Ernst, wenn du am ersten Tag hier Dings gab? Was denn? Bisschen, ähm, Einsatz verdoppeln. Äh, Dings. Oh, Bruder, was hat die für eine... Bruder, ey, guck mal, unauffällig, guck mal unauffällig. Schau, was geht. Meinst du, man kann darauf schlafen? Bruder, darauf kannst du, Bruder, das ist unser neuer Grillmutter. Ha, jetzt geht's los, Emre, selbstständig, wir zacken. Okay, jetzt. Einsatz, cool. Nein, nein, Einsatz, warte, wir machen einen lockeren Huni. Emre, lockere Huni. Ich mach, ich mach, ich mach, ich krieg das hin. Emre, warum hast du auch einen Huni gemacht? Ich hab 300 gemacht. 18, okay, okay, ich bin fast da. 18? Ich brauch eine 3, ich brauch eine 3. 17? Ich brauch eine 3. Nein, ich bin raus! Oh, ich hab mein Geld verloren. Ich drück auf Stay, Stay, warte, die hat 18. Verloh. Ey, Emre, ich werd jetzt eine Sache machen und du wirst nicht sauer sein. Ich setz alles auf dich. Komm schon, Ossi. Bruder, du spielst um 2000 Euro. 18. Wenn ihr mehr als ihr habt. Jaaaa! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jetzt bin ich dran! Nein, Emre, nein, nein. Emre, nein, nein, Emre, nein. Emre, nein, Emre, nein, nicht alles. Emre, bitte nicht alles. Jetzt bin ich dran! Jajoo! Emre, nicht alles, Emre, nicht alles, Emre, nicht alles. Oh, das sind 3000. Emre, du musst... Ich hab auch gemacht, ich hab auch gemacht. Wir haben kein Geld mehr, Emre. Wir haben kein Geld! Emre, wir haben kein Geld mehr. Nein, er ist da. Wir gehen pleite. 23! Ich hab gewonnen, aber wir haben uns... Du hast gewonnen, ja! Lack die 2k auf dich, yalla! Oh mein Gott, 20! Ey, der eine 20, lass den ein! Oh mein Gott, ich hab auch 20! Oh mein Gott! Die darf nicht 21 machen. Komm, 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 komm! Geh drüber, geh drüber! Ja! Oh mein Gott, was haben wir gemacht? Ich hab gewonnen! Oh mein Gott! Ja, Bruder! Ich hab auch gewonnen! Egal, lass raus, ne? Ey, ich will nicht weiterspielen. Ich will nicht weiterspielen. Äh, Bruder, ich kann nicht. Ich muss automatisch spielen irgendwie. Komm, komm, egal, komm. Ich kann nicht mal was drücken! Die hat gewonnen. Ich kann doch nicht mal was drücken! Ja, oder du bist am Tisch drin, Modok. Ja, oder du bist am Tisch gefangen, Modok. Oh, ja, der hat sich abgezogen. Kleine, ich bin eingeschlafen. Wo bist du? Ich schlaf immer noch hier. Ich... Der neue Tag beginnt und guck mal, wo ich aufstehe, bitte. Du kleiner... Hey, Sevenk, Walla, was machst du hier? Es ist nicht so, wie es aussieht! Modok, du bist immer noch hier, ja? Ich bin hier gespawnt, Mann! Wer ist Juan? Amne, wo bist du? Amne, warum spielst du weiter? Ich spiel nicht! Da steht, du verlierst und ich hab 1,5 verloren! Ich spiel nicht! Ey, du musst einfach rauskommen, Amne, Walla, das kann nicht dein Ernst sein! Rossi, wo bist du? Wir müssen arbeiten! Ich muss doch auf Toilette! Ja. Oh, Sevenk, 2500 Euro! Ey, guck mal, wir machen eine Regel. Wir spielen nur noch abends, Bruder! Es ist doch abends. Nein, es ist morgens! Wenn du Augen zumachst, abends. Bruder, wir müssen arbeiten, Mann! Komm jetzt! Warte, warte, hier passiert was! Hier passiert was! Hier passiert was! Hier passiert was! Boah, Bruder, du hast Geld gemacht, Bruder, ja? Ey, Bruder, wir machen gerade todesviel Geld, Bruder! Bruder, heute läuft ja richtig krass! Heute wird so eine asoziale Casino-Station sein. Boah, heute, ich schläg alles auf, alles auf Rot, Bruder, 7000 zerschmetterl ich heute. Oh, wir können endlich zocken! Gehen raus! Ey, raus! Ich hab noch einen Termin, können Sie bitte rausgehen? Können Sie bitte schneller essen? Emme, kassiert die mal ab, ich hab den da weggeholt. Okay, okay, ja, tschau, tschau. Ja, ja, hat dir gefallen? Ja, ja, okay, tschau, tschau. Ja, war gut, egal, scheiß noch. Ach, war nicht so, egal, scheiß noch. Ach, falsches Fleisch, egal. Vegan haben wir nicht gehabt, nee, nee, du hast gleich gegessen gerade, egal, kann passieren. War Schwein. Herleitzertifikant, ach, nein, nein, das ist, äh... Das ist von letzter Besitzer, wir sind spielsüchtig. Wir haben kein Geld für Sticker gehabt, wir haben alles verzockt. Ja, das letzte Casino ist dein Hund. Oh, nein, du hast Licht nicht ausgemacht! Oh, Bruder, was haben die hier? Champagner, Pilsen, Redwein, Whisky, Bier, guck, der Leute, Whisky. Oh, wow, warte mal! Emme, du komm, lass mal einen saufen. Ich den Whisky. Das machen alle gleich. Dem hat er, Prost, Bruder, Prost, mein Bruder. Auf dich, mein Bruder, ja. Auf dich, mein Bruder, ja. Oder war doch der Extras-Ding einfach, der Ex-Ganz im Ohr gerade. Oh, oh, ich werde besoffen. Ah, nee. Oh, ich bin besoffen. Gala, jetzt hier, komm, warte. 5.000 auf dich. Emme, ich will neben die sitzen. Komm. Jetzt, komm. Alles nach rechts. Oh, mein Gott, wir beide! Wir haben 0 Euro. Emme, pass auf, was du machst. Oh, mein Gott, warte, wir haben 0 Euro. Warum hast du deine Fingernägel lackiert? Ist egal. Die sind orange. Nein, 22. 19, 19, 19. Bleib, 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 bleib. Die hat auch 19. Ich habe verloren, hast du hoch? Wir haben 0 Euro. Wir haben alles verzuckt. Diese Pleite. Emre, wir haben alles verzuckt, Emre. Bruder, wir können nicht mal Salz kaufen, ja. Bruder, wir können nicht mal Salz kaufen. Ich könnte mich nicht mal auf depressiv hier besaufen. Komm, wir gehen nach Hause. Das war ein schlechter Tag heute, ja. Lass Kredit ziehen und zocken. Lass Kredit nehmen, genau. Lass uns einen Kredit nehmen und zocken erst mal. Und wir verzocken aber alles, was wir vom Kredit nehmen. Ich habe ein Morgenritual. Kennst du mein Morgenritual? Was denn? Goldmastischanz. Der will uns rauswerfen, glaube ich, ja? Inspektor, mein Gott, was für eine Steinschaft gegen... Oh nein. Ey, wir haben Strafkassiert, Moro. Gesund, oh mein Gott. Verdorbene Lebensmittel, was haben wir denn gemacht? Was wollen die Linken? Ihr wollt jetzt uns zusammenschlagen, oder was? Wir bieten einfach die selben Tomaten von letzter Woche, egal. Emre, wir können das Essen von gestern nicht anbieten. Wir haben kein Geld. Einen Tag überleben wir noch. Oh mein Gott. Ey, wir schaffen es wirklich. Einen Tag überleben wir. Wir zocken erst mal einen Tag nicht. Zweiter Tag vielleicht. Aber kleiner Einsatz kann man auch zocken heute. Heute nicht 3000, sondern 1500. 1500. Ist okay. Boah, du hast 5 Gramm Pfeffer drauf gemacht. Das machen wir nicht rum, Alter. Die zahlen doch trotzdem. Die fressen eh alles, die Idioten. Die Idioten. Ist uns doch egal, ist das Fleisch zu trocken. Am Ende des Abends werden wir alles verzocken. Kommt alle rein. Kommt alle rein. Ist, 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 ich geh zocken. Versuch aus 120 was rauszuholen. Komm. Keine Eier. Ich geh kurz, ich geh kurz. Du siehst mich. Du hast verloren. Aussi nicht nochmal. Nicht nochmal setzen. Aussi. Oder. Der letzte im Casino darf nicht spielen. Ey, die Tür. Mach die Tür zu. 8, 19, 15, 21. Eigentlich keine. Ey, Bruder, Waller, das kann. Emre, wir dürfen nicht mehr zocken. Wir haben kein Geld für Tomaten, Bruder. Ich geh dann hoch. Ach, weh! Das sind wieder 100. Wuhu! Komm, lass das, lass das. Jetzt spielen wir nicht mehr. Jetzt spielen wir nicht mehr. Emre, wir spielen nicht mehr. Emre, bitte, bitte. Lass einmal nicht mehr. Emre, bitte, komm. Emre, bitte, komm. Ab ins Bett, Bruder. Wir müssen auch mal auf Emre. Ab in die Hose. Wir brauchen Kohle und so. Emre, ey, Emre, Bruder, wir haben kein Geld. Bruder, bitte, bitte, Emre, bitte. Emre, bitte. Emre, Emre. Ich bin 60. Ich bin gewinnt. Ich hab 20. Oh, ich hab verloren. Einen Tag überleben wir noch. Okay, morgen. Morgen hören wir wirklich auf. Morgen hören wir auf. Wir haben 64 Euro. Vollkreis Attack, würd ich sagen, oder? Tageseinnahme 1000, Ausgabe 1100. Ah, 64 Euro plus. Immerhin. Mare, lass mal jetzt wirklich schlafen gehen. Komm, lass einmal nicht. Äh, nur drück aufs Bett. Ja, ist hier direkt du zuerst. Schere, Stein, Papier, sag was du nimmst. 3, 2, 1, Schere. Hier. Ich darf zocken. 24. Ja, geh hoch. 20. Stay. Ja, ich. Stay. Stay high. 17. Gewonnen. Ey, geil, 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 geil. Jetzt schlafen wir. Ey, erst mal sind wir sogar ein Plus, Bruder. Boah, guck mal. Tätische Ausgaben, 712. Gefühlt 500. Das ist okay. Das ist okay, Bruder. Ich hab immer noch einfach Schulden da hinten. Einfach immer noch. Ich weiß nicht, was der will. Ich will kein Salz. Wir haben genug Salz. Ich klär das, ich klär das. Ey, Basho, oder? Hör mal zu. Reicht. Was hast du gekauft? Du hast Salz gekauft, Bruder. Du hast einfach Salz gekauft, Bruder. Lass doch einfach ein Salzladen aufmachen. Bruder, wir haben doch mehr Salz als Laden, ja. Oh, Bruder, der Laden ist full an. Bruder, es läuft langsam, Bruder. Ich sag dir ehrlich. Guck mal, wie viele hier reinkommen. Angebot, 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 Angebot. Heute essen, morgen sterben. Angebot, Angebot, Angebot. Heute essen, morgen mag ein Darm. Bruder, wir haben aufeinander genommen. Bruder, heute war ein richtig guter Tag. Drei, zwei, eins. Papier. Ich hab dir auch gegönnt, gönn mir. Oh, nein. 19, stay, stay. Stay, ganz klar. Du hast auf Hit gedrückt. 11, 21. Die hat das gekauft. Plus, minus, null. Bitte lasst uns schlafen gehen. Was geht ab, Mann? Backpfeifen. Wie tropken. Okay, LAN ist offen, Bruder. Die kommen rein. Oh, super heute. Super. Okay, okay. Der erste Kunde, der erste Kunde. Guck mal, wer hier essen kommt. Äh, Korkmas, du Schwanz. Was geht? Also, verschwinde, Korkmas. Gelio, gelio. Diese Musik. Amigo, ich bin Juan. Jeder kennt mich als Spicy Juan. Der Meister der scharfen Geschmacksrichtung. Der will scharf, ne? Ja, der will scharf sein. Eine Mutter, Bruder. Ist fünf Gramm okay? Mach mal sechs. Das Doppelte. Von üblichen. Aber nur, äh, Salz nur drei. Der wird verbrennen, Bruder. Der wird sterben, Bruder. Komm. Wollen wir uns den Ausruferzeichen? Oh mein Gott, was passiert? Hab ich es vergessen? Ich glaube, der ist sehr kritisch, Bruder. Der macht nur auf Pokerface, Bruder. Der will nicht direkt zugeben, dass das gut ist, Bruder. Oder ich glaube, der verbrennt gerade wegen zehn Gramm, Bruder. Oh! Aber ich muss sein Gericht genehmigen. Raus zahl doch, du Pietsch. Äh! Bruder, er hat jetzt Belech gegessen, Bruder. Wir hatten nicht mal Plus. Wir haben nichts gemacht, Bruder. Was jetzt? Angeguckelte Hähnchenbrust. Das war gar kein Terris-Rotester. Bruder, das war irgend so ein Kanacke, Bruder. Ey, Bruder! Ey, Bruder, wir wurden hochgenommen. Ja, guck mal vor dir diese Kohlenstücke. Bruder, warum liegt diese Dings wieder auf Boden? Auf das Torf. Damit das wenigstens heiß ist, Bruder. Hast du? Ja, yes! Guck mal, jetzt wie er holt, aber... Der hat diese Kohlenstücke gegessen, Bruder. Bruder, der kommt nie wieder. Ja, so ist ich... Er hat das Geld hier, wie viel? Oh mein Gott. 156, sogar mehr als... Er hat sechs Euro Trinkgeld da gelassen. Oh mein Gott. Weißt du was? Ich werde jetzt ins Casino gehen und spielen. Okay, ich bin dabei. Bitte alles für den Döner. Bitte, 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 lass uns gewinnen für den Döner. Sag mal Papier. Papier. Schere, ich habe gewonnen. Boah, zu 32, ich bin durch. 1,2, ich stay. Ich bin durch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was haben wir gemacht? Was haben wir gemacht? Wie viel haben wir? Und 19, stay. Komm, wir gewinnen. Wir gewinnen. Wir gewinnen. Komm, 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 komm. Ja, boah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und... Oh mein Gott. Ja, das ist mein Bier. Ich spiel 600. Ich 600, du 200. Okay, komm. Weil ich jetzt das ganze System zum Fallen bringe. Oh mein Gott. Oh, Lodzja, du hast alles ausgegeben. Geilse. 14. Wir haben kein Geld mehr. Wir haben 1200, Bruder. Es reicht. 23. Emre, wir haben alles gezockt. Emre, wir haben wieder alles verzockt. Aussi, wir müssen jetzt ehrlich besser mit unserem Geld umgehen, ja? Was sagen wir jeden Tag gegen die? Sie haben Schuhe zu spüren. Aussi? Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem, Bruder. Wir müssen Sachen verkaufen. Warte, verkauf mal diesen Jackenständer. Warum? Der nervt mich, Bruder. Wir brauchen Geld. Wie, warum? Klimaanlage verkaufen. Fisch verkaufen. Verkaufen. Das hast du nicht gemacht. Ich glaube, ich habe aus Versehen den Tisch verkauft. Emre, warum hast du den nächsten verkauft? Ey, wir haben Geld zum Zocken. Hör auf. Hör auf, warte, das Radio. Das Radio können wir nicht verkaufen. Nein, das hast du nicht gemacht. Oh, 20. Jetzt, 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 jetzt. Stay, 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 stay. Emre, das hast du nicht gemacht. Oh! Ey, wir brauchen Geld, Bruder. Emre, ich... Nein. 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 Nein, wir kommen. Ja, ich werde zu Hause gehen. Ich werde zu Hause gehen. Stay. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich bin drüber. Ja. Bitte, 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 bitte. Geh drüber. Ja. Oh, mein Gott. Komm, raus. Emre, raus. Raus. Emre, raus. Wir werden nicht darüber reden. Wir gehen einfach raus. Raus. Emre, wir haben den Gas nah. Emre, gehen. Wieso? Emre, lass kurz was trinken noch. Die 500 Euro brauchen wir für Schulden. Wir trinken die Wasserrauffein. Wir haben keinen Gehnschreck. Ich fand das aus. Was? Wir haben keinen Gehnschreck. Was soll mir die ganzen Sachen reintun? Was ich schon immer machen wollte, bis auf den Zocken. Oh, mein Gott. Bis auf gewonnen. Sie war der Alp. Oh, nein. Nein, 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 nein. Ich will auch was rumgerissen. 3, 6. Es reicht 2. Still. Still. Super. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Emre, raus. Emre, raus. Warte. Ey, Emre, wenn du mich nicht rausst. 11.000. 11.000. Emre, was haben die gemacht? 11.000, Bruder. Emre, wir haben die ganzen Landen gerissen. Oh, ey. Ey. Wir haben die Shirts verkauft. Ey, du kommst ja aussehen. Ich glaube es nicht. Wallah, willah. Ich glaube es. Egal. Ich schwöre, der Laden war eh hässlich am Anfang. Emre, wenn wir schon mal dabei sind. Ono-Chan. 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 Ono-Chan, Bruder. Ono-Chan, nein. Scheiß auf den Boden. Ono-Chan. Nein. Bruder, wir braten. Nein, Ono-Chan. Das sind nur sieben. Hey. Der Laden wird wild, Bruder. Emre, du kleiner B***er. Kommst du. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. 21. 2000. 2000. Geh raus. Geh raus. Oh mein Gott. Der 2. Wir haben alles auf Null. Egal, wir verkaufen. Oh mein Gott, 20. 20. Wir haben alles verlaucht. Wir haben Null. Oh, okay. Tau mal raus. Ich schwöre, das ist ein perfekter Start für nächstes Mal. Okay, ja. 2. Tische, Taman. Das Ding ist, wir haben kein Geld für Fleisch und so, ne? Ja, das ist halt das Ding. Wenn wir jetzt den Grill verkaufen für 1000. Alles jetzt und 2000 machen. Können wir einen neuen Grill holen und wir haben 1000 zum Einkaufen. Das war nur ein Spaß. Das war nur ein Spaß. 18 ist day. Jetzt du? Noch ein Hit. Stay. Ey, die Uhr können wir verkaufen. Und die Lampe. So viel Licht brauchen wir nicht. Eigentlich brauchen nur wir Licht, Bruder, weil wir machen das Essen letztendlich. Scheiß auf die. Sollen wir riskieren? Aussi? Aussi, warum antwortst du so wenig? Aussi, wohin redest du? Aussi. Aussi. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du warst verloooordn. Wir hatten 7000. Wir hatten den Kopf, dass du wieder schliessst. Spielsüchtig. Spielsüchtig. Ich spiel. Spielsüchtig. Das war mein neuer Zerhof, Mann. Jaa, ein 20. Oha, nein. Du hast eigentlich das. Ja, dafür zog ich wieder alles. Nein, nein. Alles deine Schuld. Alles deine Schuld. Ich hab's day gemacht, ich Idiot. Ich hab falsche Tasse gedrückt. Ich hab'situde. Du hast uns in den Arm. Kultmas. Kultmas, nimm deine verrickten Kartoffeln wieder zurück, bitte. So, Freunde. War's das auch mit dem Camp-Up-Simulator? Hat uns gefreut, dass wir am Start waren. War eine geile Runde. Schade, dass man das Spiel nicht über zwei Tage spielen kann. Hätte uns gefreut, wenn wir das langfristig spielen können. Wir haben eine Vision gehabt, wir haben einen geilen Laden gehabt. Aber das Spiel lässt halt einfach nicht zu, dass das nicht länger geht. Falls ihr den Aufstieg von Vulkamba wieder sehen wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wir haben damit nichts zu tun. Emre hat das ganze Geld verspielt. Ich bin nicht spielsüchtig. Ich bin nicht spielsüchtig.